Ich hab langsam genug verlesen, Handsome Jack. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen gewissen Witz. Boah, das hört sich doch gut an, oder? Wo hast du das rausgezogen? Äh, Napoleon. Internet! Und jetzt noch zu Markus. Vielleicht kriegen wir von ihm eine gute Waffe. Der war gut, ne? Der war echt gut. Der war ziemlich, ziemlich gut. So. Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Kannst du mir das brauchen? Reib dich mehr! Geschleckt. Bei mir grad nicht. Ich find's jetzt nicht schlecht, das Kind. Das muss ich jetzt natürlich interpretieren. Stilmittel, äh, wie heißt das? Hauptsvergessen, verdammt. Parallelismus, genau. Ja, komm, wir ehrlich. Ich bin gehört, ich muss jetzt schauen. Warte mal, warte mal. Wobei... Was ist langsam kritisch mit der Zeit so? Schauen wir schon noch. Äh, äh. Nicht mehr? Äh, äh. Dauert zu lang. Ja, tatsächlich. Ich fang mal überlegen, welches tue ich da jetzt hin? Hörrad ist besser. Magazingröße ist besser. Ich glaub dann nämlich wirklich die, da wo ein bisschen weniger Schaden macht. Ah, warte mal, da haben wir so ungefähr 15 Minuten, ne? Ja. Dann hauen wir jetzt noch eine Nebenmission. Oder warte mal. In der Claptop können wir jetzt nicht reden. Dann hauen wir halt jetzt noch eine Nebenmission rein. Noch Nebenquests rein, ja. Zum Beispiel das mit der Oma. Ich meine, wir sind jetzt wirklich dann am Ende. Krass. Können wir dann morgen gleich machen. Ja. Machen wir... Wir könnten in die Highlands schnell, damit wir hier das Ding abgeben können. Ja, machen wir. Komm, ganz schnell. Schaden. In die Highlands. Die Highlands. Die Highlands. Die Highlands. Welchen Mose wir da hin von der Highlands? Äh, Internet. Ach, hier. Hab ich. Machen nochmal. Steht sogar drinnen, wenn ich hier Highlands schau. Da. Overlook. Sehr gut. Guck mal, was sowieso nur hier hin. Viel Spaß mit der Hyperion-Experimental-Mangel. Maß geschnallt für einen Mörder-Kiss. So, kann ich wieder verkaufen, was ich gerade bekommen habe? Habe ich die Gravita verkauft, ich bin so dumm. So, jetzt haben wir das abgegeben. Es ist eigentlich so ein bisschen Aufräumen, was wir gerade machen. Ja, dann geh mal zur Oma, komm. Oma, so wie die Oma bei Ice Age. Ach, die Oma bei Ice Age. Die ist, ich feiere die so. Vor allem wie sie immer über den Prentiss und dann im Wald und dann, Prentiss, komm Prentiss. Und dann ist ja wirklich der fucking Wald da. Wollen wir uns noch ein paar Blumen für die Oma? Ich fahr. Warte mal, wie viel kann man noch? Sonst geht das wieder schief. Tja, gestern Abend hatte ich einen in der Krone und musste... ...und da hab ich einen Partner, wenn du erst lasst den Schicks rauskriegen. Weiß nicht, was wir haben. Oh, mein Auge. Boah. Ja, mach mal, das stimmt. Das müssen wir jetzt machen. Da bist du auf die andere Seite, scheiße. Gut. Geht das hier auf? Boah, wir müssen hier rein. Ah. Ja. Halte schon mal das Auto bereit. Scheiß drauf. Komm schnell, Leute. Ui, ui, ui. Oh, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Geh auf. Wir alles jetzt hier. Jetzt zum nächsten, schnell. Dein, dein, dein. Dein, dein, dein. Geh auf. Fahr, 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 fahr. Irgendwas ist hinter uns. Alles klar. Da runter, da runter. Wir müssen da runter. Schnell, 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 schnell. Da, alter. Da. Schön. Komm, fahr weiter. Ich kann nicht. Ach, Alex. Jetzt hast du's verkackt. Super. Ist da unten fahrding. Wenn nicht, haben wir's jetzt echt verkackt. Nee, das kannst du ja, oder? Schlafst du zum nächsten Film hoch, ich mach das da unten. Das kriegen wir aber auf eine Minute 45 nicht mehr hin. Das kann ich dir versprechen. Ohne Auto. Oder 4 Minuten 38. Aber dann vielleicht schon. Ah, okay, Bulimog, ich laufe. Der fliegt auf dich zu. Ah, ich seh's. Ah. Komm ich auch hoch unter die Brücke? Nee, scheiße. Schnell, 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 schnell. Fickt euch, Rex. Verpisst euch. Mann, weißt du, bloß ein Markus wieder saufen muss. Müssen wir das jetzt hier machen? Kannst du da oben ein Auto holen? Ja, das... Ja. Kann ich. Fahr schon mal los, ich lass ihn dann zu dir teleportieren. Ja. Obwohl, du musst eh an mir vorbei. Oder? Ja. Ich kann mir ja versprechen, dass das verdammt geknappt wird von der Zeit her, ne? Nun verspreche ich mir das mal. Ah, ich verspreche dir das jetzt ganz knapp. Nur weil du mal wieder Auto gefahren bist. Ja, ich geh dann wieder weg. Loll. Loll. Nicht mehr runter, ne? Da, über die Brücke. Jawoll, erst noch wieder ein bisschen Zeit schinden. Ich mach's spannender. Okay, so weit ist es jetzt nicht da hoch. Okay, das ist scharf mal locker. Ich stecke aus. So, dann mach mal. Verhält dich. Das sind ein bisschen Banditen. Los fahren. Da drüber, ja? Da drüben. Ja. Ja. Ich kann da nicht rüber fahren. Fahr du zum nächsten? Ich fahr schon in den nächsten, ja. Ah, hier ist übrigens der Vulkan von dem Ort, wo wir bestehen. Ja. Da hoch müssen wir. Okay. Ich komm gleich wieder runter zu dir. Nichts, nein. Ich bin gleich da. Rack, ey. Nein. Bin gleich da. So. Wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben das gemacht. Hooray! auch zu omas haus recht also geradeaus und rechts wieso ich versuche das laver ding zu runden so sind jetzt die blumen hier sind jetzt die blumen und hier kann man gleich zu fuß gehen zwei blumen brauchen wir noch ich meine er ist wenigstens schön dass es seine oma dahin gebracht hat in der nähe von seiner von den ganzen banditen also würde ich meine oma auch antun es ist seine oma hat er überhaupt eine oma ja ich hab mir gedacht hier müssen wir rennen vielleicht war das seine oma was ich muss Wird sie ihn oben umbringen lassen?! Was für ein Monster?! Das mach ma jetzt Schau, was haben wir denn hier? Hey Money, Money Hä? Wie kriegst du es auf? Meine Güte Ach, man muss öfter sein, okay Hier runter würde Runter, 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 hoch, hoch, hoch Achtung Ah, gedippt Raaaaaah Achja Da haben sie schon eine schöne Clip hingebaut So, entweder du springst dich um oder nicht Das ist deine Versorgung Du springst dich um? Ja, ja Ja, kennt man das nicht Jetzt kennt sie Schau, der Typ der hat sich kapiert wo er hinspringen muss Schau, schau, da springt einer, da springt einer Halt, 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 halt Naja, das ist ja der Kann ich mich hier hinsetzen? Haha, ich hab die überforscht Haha Das gibt's nicht Hohoho Du hast dich also tatsächlich umgebracht Hahahaha In so einem schwarzen Brennen Dann kriegst du dein Geld Ja, aber warte Sekunde noch Egal was passiert Ich will nur, dass dir eins klar heißt Du bist käuflich Du hast dich umgebracht Weil es ist das für eine Zeit Nicht mit Hyperion Feuerwaffen So, jetzt haben wir das hier auch Ähm Was ist das hier? Ohne Schmerzen ist kein echter Sieg Hast du dein Auto noch irgendwo? Da ist es da vorn Da renne ich grad hin Kannst du mich dann abholen? Muss ich ja nirg Ja, kann ich Wo ist denn da hin eigentlich? Bist ich grad dumm? Wo komm ich denn da hin, wenn ich da jetzt hinlaufe? Boah Hast du mit der Granny hast du auch noch nicht mitbekommen oder? Was? Dass es ja umbringt Oder umbringend lassen Wird Doch Ne Doch hab ich Nex, doch hab ich Du fährst zu gutem Spielen So Hoppe Weg, weg Seinntens sind auch nochmal Skickteile War zumindest Hey, Bobik. Hey, Bobik. das ist aber ich glaube das müsste dann von der zeit her passen aber hier ist noch eine ausrufezeichen wo muss ich damit aufrufe zeichnen zu einem roboter aber ich habe lust auf robot aber wir könnten von hier wir könnten noch nach sanctuary ja dann fliegen wir noch nach sanctuary aber was du dann im auto ist mir ein rätsel was machst du da was machst du da dann haben wir es hier wieder also in der nächsten aufnahme session wird auf jeden fall hier die haupt story abgeschlossen und wir fahren wahrscheinlich mit der ersten side quest an der side quest mit der stdc also und machen natürlich dieser quest noch da ist mir was der quest also wenn es gefallen hat aber nicht kommen hier positiv wird nicht vergessen schaut bei den anderen projekten vorbei bis zum nächsten video ciao